Also, dein Grand Prix, was ich jetzt da gemacht habe, der ist so hammergeil, den muss ich euch aufnehmen, also wiederholen. Von 0 auf 1, das ist ein Wahnsinn. Schaut es euch jetzt an. Warte mal. Nein. Nicht mal starten. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Schauen wir mal. Geiles Ringrenner, ich soll es euch. Die geilste Ringrenner. Das ist ja wahnsinnig. Da ist ein bisschen lauter dran, gell. Der Ringrenner. Das ist ja wahnsinnig. Das ist ja wahnsinnig. Der Ringrenner. Der Ringrenner. Der Ringrenner. Der Ringrenner. Ja, ich bin ganz hinten noch. Ja, das bin ich, Ducati. Ja, ich bin ganz hinten, Ducati. Ja, ich bin ganz hinten. Ich bin ganz hinten. Ich bin ganz hinten. Wow, da schaut's. Wow. Ja, leider bin ich dazwischen. Aber da muss ich halt nur nicht bleiben. Aber da muss ich halt nur nicht bleiben. Jetzt bin ich letzter. Nein. Meine Aufholjagd. Ich habe jetzt zwei Fahrräume überholt. Ja. Eines der schwersten Rennen. Ich habe keine Regenreifen. Nur mittlere. Da muss ich ein wenig zaubern. Da ist schon wieder ein Unfall. Oh. Aber da hat auch wieder Glück gekommen. Oh, 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 oh. Aber es geht voran. Über 300 kmh. Und der nächste. Alles auf der PS5. Geiles Rennen. Und der nächste Niveau. 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 Jetzt. Jawohl. Und wieder vorbei. Start Nummer 66. Ducati. Du wirst wieder. Und sie. Und dann wieder Mascher. Und ein Sturz da vorne. Boah. Das war. Und hier. Und jetzt. Das hab ich gar nicht gesehen. Ja. Wuh. Das hab ich gar nicht gesehen. Zwei Roten noch. Schließe auf zum Spitzenfeld. Schließe auf zum Spitzenfeld. Innen vorbei. Die BS5 ist so geil. Und jetzt über 300 kmh. Ja! Und wieder Sturz. So, wow, wow, wow. So, Platz zwei habe ich jetzt schon. Ja, ganz hinten, ist der Wahnsinn. Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn, jawohl. Ja, die bin ich nicht mehr her. Ja, mit den mittleren Raufen, da schleierst du dich schon ein, was wir tun. Oh, 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 oh. Wo wäre Glück gekocht? Kieler nach, oder? Nein, nur einfach. Die last, last world. Da hört wie Kopf wieder, aber leiden ist ja Wahnsinn, PS5, MotoGP 23 ist ja Wahnsinn. Da schon wieder hinten schaut's den Sturz an, Wahnsinn, geil. Da sieht man erst den Rippel, ich weiß nicht, da kriegt man gar nicht mit. Nach ganz hinten, nach ganz vorne bin ich gefahren. Schwierigkartskart war es jetzt gut. Aber ja, es ist nicht einfach. Zielkurve. Da habe ich auch noch einmal Glück gehabt. Hoho. Wahnsinn. Und ab geht's. Boah. Und Ziel. Boah. 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 Boah.